Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Resource Picker Stellen. Wir werden heute wieder ein Erz zeichnen und zwar das Redstone Erz mit einer Animation, denn bei der letzten Abstimmung hat das Redstone Erz ganz knapp gewonnen. Das war diesmal richtig knapp. Ja, wir gehen jetzt in Assets, Minecraft, Textures und da das Redstone Erz natürlich ein Block ist, in Blocks und in der Suche werde ich jetzt einfach mal eingeben Redstone. Und dann sollten wir eigentlich den Redstone Block bekommen, das wäre hier und dann öffne ich das auch direkt mit pen.net. Allerdings sollten wir auf jeden Fall noch die anderen Erze öffnen und dazu gebe ich jetzt einfach mal in der Suche Ohr ein und dann sollten wir eigentlich jedes Erz bekommen. Genau, wir haben ja schon das Diamanterz gezeichnet, das Kohlerz, das Golderz und das Eisenerz. Also was uns dann noch fehlt, wäre das Lapis Erz und das Desmaragd. Ja, und ich werde jetzt einfach mal einen von diesen drei, am besten das Diamond Ohr öffnen oder machen wir einfach mal das Golderz. Also einfach nehmen und in pen.net ziehen. Denn wir haben ja normalerweise bei unseren Erzen immer dieselbe Textur verwendet und einfach immer nur das Erz, also die Farbe verändert. Und ja gut, irgendwann später möchte ich das auf jeden Fall noch verändern, aber das habe ich schon mal angesprochen, dass das bei dieser Art von Stein eigentlich kaum funktioniert. Und deshalb werde ich jetzt einfach nur das Golderz hier kopieren. 16x16 Pixel hier unten passt, dann STRG-C und hier STRG-V. Und jetzt werde ich dann eben die Farbe umändern, sodass es dann wie ein Redstone Erz aussieht, also eine rote Farbe. Und danach werden wir auf jeden Fall noch so ein Blinken einbauen, am besten, dass das Redstone Erz dann so ein bisschen aufblinkt. Also nicht, normalerweise haben wir ja immer so ein Funkeln gemacht bei den Erzen und bei dem Redstone Erz mag ich das auf jeden Fall anders machen. Ja gut, aber wir werden jetzt das Ganze erstmal färben, das bedeutet, wir werden jetzt mal den Stift hier nehmen und eine rote Farbe suchen, die was erstmal ein bisschen dunkel ist und dann einfach ins hellere geht. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal die Standard-rote Farbe, denn Redstone ist natürlich rot und ich nehme jetzt ungefähr mal diese Helligkeitsstufe. Würde die passen? Passt die? Ja. Vielleicht ein bisschen heller noch oder wenn wir mal sagen, das wäre das Hellste, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Gut, dann passt das. Dann mache ich das hier nochmal rückgängig und nehme nochmal die dunkle Farbe hier und die sollte eigentlich schon passen. Heißt, wir werden auf jeden Fall das Ganze jetzt dann heller machen bei dem V-Wert, einfach mal 63 oder so. Und dann müssen wir gucken, was die zweitdunkelste Farbe hier ist. Okay, bedeutet, das ist glaube ich das hier. Das ist auf jeden Fall dunkel. Hier, dann der Streifen. Und hier oben noch. Gut, dann die nächste Farbe. Ich stelle die jetzt schon mal auf 66. Passt die zusammen? Ja. 65? Ne. Nehmen wir... Ja, okay, passt eigentlich. Obwohl. Nehmen wir mal lieber 66. Okay, das hier mache ich aber nochmal rückgängig. Gut, was ist die zweitdunkelste Farbe? Oder die drittdunkelste eigentlich? Das ist auf jeden Fall hier. Das ist so ein bisschen schwierig, dass man das hier sucht, weil der Farbunterschied nicht so krass ist. Und hier denke ich mal, okay. Gut, nächste Farbe, die wäre dann... Machen wir mal 67. 68? Ja, 68 nehmen wir. Ich nehme jetzt extra mal nicht 69. Ne, Spaß, aber hätte ich sowieso nicht genommen. So, zack, zack. Dann haben wir das hier noch. Und hier links noch. Und dort, okay. Okay. Und ich glaube, das hier auch. Okay, gut. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig wieder. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal 70. Die Farbe passt auf jeden Fall. Die kommt dann hier hin. Und ich glaube, der Pixel kommt jetzt auch langsam mal dran. Gut, dann auf jeden Fall hier. Hier unten. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier schon... Ja gut, machen wir es hier auch. Gut, dann nehmen wir 73. Passt das wieder zusammen? Ja, das passt auf jeden Fall. Wobei... Sieht es vielleicht doch besser aus, wenn wir 72 nehmen. Ja, okay, nehmen wir einfach mal 72. Und 72 kommt dann eben hier hin. Zack, dann am besten hier. Und jetzt können wir den einzelnen Pixel auch wieder fertig machen und den hier. Okay, und da haben wir doch schon was verändert. Okay, dann kommt das hier auch noch hin. Und jetzt sind wir eigentlich... Ja, ich glaube, das sind eigentlich schon alle dieselben Farben. Gut, dann können wir jetzt den... Den in die Endfarbe nehmen. Das wäre dann 75. Ja, passt auf jeden Fall. Und ja, okay, das könnten wir vielleicht noch ein bisschen heller machen. So, aber ansonsten wird das jetzt gefüllt und die hellste Farbe, nehmen wir 78, kommt dann hier hin. Und dann sieht es auf jeden Fall wie nur Wets und Erz aus. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Und jetzt würde ich dann eben noch gerne eine Animation anbauen. So, ich werde das Ganze jetzt erstmal speichern. Und jetzt müssen wir eben für die Animation standardmäßig wieder ein neues Bild machen. Breite 16 Pixel und dementsprechend, ja, je nachdem wie viele Bilder wir verwenden, dann die Höhe. Ich schätze jetzt mal ein, dass wir ungefähr 10 Bilder brauchen werden. Bedeutet, ich rechne jetzt einfach mal 16 mal 10, 160. Und dann haben wir dieses Bild hier. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall mal einen Teil davon aus, also das Ganze weiß hier ausradieren. Und dann können wir das Wets dann jetzt mit STRG A markieren, STRG C kopieren und STRG V hier wieder einfügen. Und jetzt können wir eben die Animation machen. So, ich werde jetzt das erste Bild so lassen, dann kopiere ich das nochmal und füge es hier unten ein. Also ich will ja normalerweise eigentlich nur machen, dass man, ja, dass das Erz einfach so ein bisschen heller wird. Wenn man das so sagen kann, also es ist kein Funkeln, sondern einfach nur ein bisschen heller. Mal gucken, wie das dann aussieht am Ende. Jetzt muss ich mal gucken, ist das 16 mal 16? Es geht bis hier hin. Okay. Weil jetzt müssten wir theoretisch eigentlich die ganzen roten markieren. Also wir müssten alle roten Felder hier markieren. Und die grauen auf jeden Fall nicht. Und das geht am besten mit dem Zauberstab. Hier oben geht es nicht, weil wir das hier mit kopieren. Markieren meine ich. Das bedeutet, die oberen drei hier, die müssen wir ja markieren. Und den Rest können wir mit dem Zauberstab machen. Dazu einfach die ganze Zeit STRG gedrückt halten. Und dann geht das perfekt, dass der direkt alles hier auswählt. Zack. Und dann haben wir ja den roten Bereich ausgewählt. Und jetzt können wir hier bei Korrekturen, Farbdun und Sättigung am besten eben die Farbe ändern. Und das dann so ein bisschen aufblinken lassen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. So, also Helligkeit. Da will ich das auf jeden Fall so machen, dass das nicht unbedingt zu weiß überbeleuchtet ist. Weil, wenn man das so sagen kann, das wäre ja eigentlich viel heller. Allerdings ist dann die Farbe so weiß und das will ich eigentlich nicht. Wie mache ich das denn am besten? Aber es soll ja auch nicht zu krass aufleuchten. Denn es würde eigentlich reichen, wenn wir hier, also es soll ja nicht so extrem auffällig sein. Ich schätze dann mal so, dass wir maximal in den Bereich 15 gehen. Bedeutet, wir können das so durchgehen lassen. Und wenn wir 10 Bilder haben, müssten wir, wir bräuchten eigentlich, ja wir können das, die 15 Schritte, wenn wir das von 0 auf 15 gehen lassen, können wir das in 10 Schritten ungefähr machen. Und dann können wir das bei der Animationsdatei einstellen, dass wir dann sofort wieder zurückgehen. Und dann müssen wir nicht extra, ja brauchen wir halt nur die Hälfte Bilder, wenn man sich das so vorstellen kann. Aber ich glaube eher nicht. Ist jetzt ein bisschen doof erklärt. Aber ich werde jetzt das einfach mal direkt auf einstellen. Und dann kopiere ich einfach mal, ja das ist jetzt ein bisschen doof. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ich mache es folgendermaßen. Ich habe jetzt praktisch das hier schon gemacht. Und ich werde jetzt einfach mal nur das hier, das Redstone Arts, auch wenn sie es nicht verändert, die ganze Zeit untereinander kopieren. Aber das geht dann einfach viel einfacher, wenn wir dann später, ja ihr werdet schon sehen, wie ich das hier meine. Ich werde jetzt einfach mal alle untereinander kopieren. Und dann später eben verändern. Zack. Und dann wären wir eigentlich schon fast am Ende. Hier ist schon das Ende. Okay. So, Pixelfehler haben wir keine. Also hier unten muss ich das dann genau ausgehen. Wenn nicht, dann habt ihr irgendein Pixel verschoben. Also irgendeine Textur verschoben. Und dann passt das eben nicht zusammen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Das sind 16. Also hier geht es dann los. Und den Bereich haben wir ja schon gemacht. Okay, Moment, da muss ich jetzt... Oh Gott. Okay, wartet. Da habe ich glaube ich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt die Datei hier kopiert. Ich hätte eigentlich die hier oben kopieren müssen. Oh Gott. Aha, der Fisch. So, ich mache das nochmal rückgängig. Tut mir echt gerade leid. So. Gut. Es wäre nämlich besser, wenn wir die hier kopieren, weil dann können wir das mit den Helligkeiten besser konfigurieren. So, Strang V. Okay. Moment, dann machen wir das einfach mal schneller, indem wir das jetzt kopieren. Also wenn wir jetzt schon zwei untereinander eingefügt haben, können wir einfach die zwei kopieren und dann geht das viel schneller, wie man hier sehen kann. So. 64. Zack. Dann geht das viel schneller auf jeden Fall. Gut. Und dann wären wir schon unten. So, wir haben auch keinen Pixelfehler. Ja, genau. Perfekt. Und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir ja nicht die Übersicht über verlieren. Gut. Das hier ist auf jeden Fall hell. Jetzt müssen wir nochmal die roten Dinge markieren. Wobei wir das eigentlich direkt hier unten machen könnten. Okay, die zwei hier. Das wäre die zweite Textur. Dann geht es hier jetzt weiter. Bis hier hin. Heißt, ich werde jetzt ab hier alles markieren. Das hier war ein Fehler. Das kommt weg. Mit Alt könnt ihr übrigens eine Markierung wieder entfernen. Also Alt gedrückt halten. Und dann könnt ihr das hier zum Beispiel den Pixel hier entfernen. Wer das nicht weiß. So, und das geht dann bis hier unten. Das heißt, das markiere ich auch noch manuell. Das hier kommt weg. Zack. Dann nehme ich mir den Zauberstab. Und dann kann ich den Rest einfach so mit einem Klick markieren. Gut. Und jetzt werde ich nicht einfach das hier kopieren. Sondern ich werde nur die Auswahl verschieben mit M. Und die Auswahl wird jetzt praktisch immer so bleiben. Gut. Also ich habe jetzt nichts kopiert, sondern habe mit M einfach nur die Auswahl verschoben. Die, was wir hier oben gemacht haben. Ah, Moment. Das war das zweite Bild. Da hätten wir das eigentlich direkt lassen können. Weil das müssen wir auch noch verändern. Bedeutet Korrekturen, Farbton und Sättigung. Genau. Und wir haben jetzt hier schon die Helligkeit standartmäßig auf 1 gestellt. Jetzt werden wir die mal auf 2 stellen. Okay. So, dann wieder Auswahl verschieben mit M. Allerdings nur genau 16 Pixel nach unten. Ach, jetzt habe ich, ich meine natürlich Auswahl verschieben, nicht Pixel verschieben. So, das wäre hier. Korrekturen, Farbton und Sättigung. Und das bekommt jetzt 3. Dann wieder, das wäre, ach ja, das ist ja beides M. Also man müsste theoretisch zweimal M drücken, damit man dann zu dieser Auswahl hier kommt. So, Helligkeit. Ah, ne, nicht Helligkeit, sondern ich meine natürlich Farbton und Sättigung. So, das kommt dann, das bekommt dann 4. Und ich würde sagen, dann machen wir schon einen 2er Schritt. So, dann wieder verschieben, nach unten. Farbton und Sättigung, das wird dann, ja, machen wir einfach mal 6. Das verschieben wir wieder, nach unten. Das geht eigentlich ziemlich zacky. So, 7. Dann verschieben wir es wieder. Ah, jetzt habe ich wieder das falsche ausgewählt. So. 8 und dann könnten wir noch einen 2er Schritten wagen. So, das kommt wieder nach unten. Farbton und Sättigung hat Steuerung, Umschalt und U. Sollte ich mir vielleicht mal merken. So, 10. Das kommt jetzt hier hin, glaube ich. Ja. Genau. Ist das schon das letzte? Stimmt, das kann das stimmen. Das ist auf jeden Fall heller als das hier unten, oder? Moment. Ja, stimmt schon. Auswahl verschieben, genau. Okay. Und jetzt waren wir bei 10. Jetzt können wir Software erstellen. Okay. Und bei der MC-Meter-Datei, die wir dann gleich noch erstellen, können wir das dann alles wieder rückgängig, also rückwärts abspielen lassen. So, jetzt möchte ich mal gerne vergleichen, wie das dann aussieht. Also im Vergleich jetzt. Bedeutet, ich werde das Ganze hier jetzt mal kopieren und einfügen, aber später dann eh wieder löschen. Und jetzt einfach mal hier oben als Vergleich verwenden, wie krass heller das jetzt geworden ist, ist schon ein Unterschied. Also wird man auf jeden Fall im Spiel merken. So, das Ganze hier mache ich aber nochmal rückgängig. Also einfügen kommt nochmal weg. So. Und dann hätten wir jetzt eigentlich die Textur fertig und jetzt müssen wir eigentlich nur mal die MC-Meter-Datei machen. Bedeutet, wir speichern das jetzt mal im richtigen Ordner. Heißt, wir geben jetzt hier oben mal, ja suchen einfach mal den Ordner. Ich muss jetzt in Prozent ab, da der Prozent, Punkt Minecraft, Resuspects, dann Tutorial Pack, es ist jetzt Minecraft Textures Blocks. Und jetzt gebe ich hier einfach mal ein, Redstone, Redstone Block, ne, das war das falsche, Redstone Ohr, haben wir es hier, hier, Redstone Ohr. Speichern, Datei im Ziel ersetzen, ja. Und dann hätten wir das nämlich jetzt alles übernommen. Und wenn wir das jetzt mal aktualisieren, haben wir hier dann das Redstone Erz. Und das passt dann alles. Und jetzt müssen wir eben eine MC-Meter-Datei machen. Und damit wir das Ganze eben nicht in Notepad++ schreiben müssen, habe ich eben wieder in der Beschreibung dieses Tool hier verwendet, also dieses Tool verlinkt. Von wegen irgendwas auf jeden Fall. Und hier können wir eben eine MC-Meter-Datei hier einfach machen. Und da müssen wir das nicht selber schreiben, alles in der Beschreibung verlinkt auf jeden Fall. Da geht das viel einfacher. So, Imanch Name. Das, äh, der Imanch Name lautet Redstone Unterstrich, Red, genau. Or, Animation Speed. Ich schätze jetzt mal ein, dass wir ungefähr eine Animation Speed von zwei haben wollen, aber das können wir auf jeden Fall später noch ändern. Amount of Frames, wir haben eigentlich zehn Bilder, aber wir wollen das schon später dann so noch machen, dass es von zehn dann wieder zurückgeht auf null. Bedeutet, wir brauchen null, zehn. Null bis zehn, schnell schon einmal zehn und dann nochmal neun. Zusätzlich bis zu eins, bedeutet, wir brauchen 19 Bilder. Gut, und jetzt klicke ich hier mal auf Add Frames. Ah, okay, gut, das passt soweit. Dann gebe ich jetzt hier mal GetCode ein. Und jetzt müssen wir aber trotzdem später noch was verändern. Aber ich werde jetzt einfach mal die Datei hier downloaden, also über ein Download-File, wo jetzt eine OR, .mcmeta-Datei, bla, Datei speichern. Ja, ich speichere jetzt einfach mal die Datei. Und die Datei müsst ihr auf jeden Fall dann von eurem Download-Ordner, oder wo ihr ja auch immer die gerade gespeichert habt, hier dann noch reinziehen. Heißt, ich muss hier mal aus der Suche rausgehen, sonst kann ich das nicht reinziehen. So, und dann verschieben. Und jetzt könnte ich theoretisch wieder Ohr eingeben, damit wir hier nur mal das Wetstone-Ordner haben und die anderen Ätze. So, Wetstone-Ordner haben wir hier. Stimmt das? Ich aktualisiere mal. Wetstone? Habe ich hier einen Schreibfehler? Ne. Okay, gut, dann öffne ich das jetzt mal mit Notepad++ und hier müssen wir jetzt eben nochmal was ändern. So, und zwar haben wir Animation Frame Time 2, das passt alles und hier haben jetzt eben die Frames 0 bis 18, obwohl wir eigentlich nur 10 Bilder haben. Bedeutet, wir werden jetzt von 0, 9, das wäre das zehnte Bild und hier stellen wir dann wieder 8 ein, damit es eben wieder, ja, damit es eben rückwärts abgespielt wird, die ganze Animation. Und das dann eben so lange, bis wir bei der 1 sind und ich glaube, wir haben zu viele Bilder verwendet. Ja, da ist eines zu viel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 6, 5, 4, 3, 2. 1 heißt, die 18 muss weg. Bedeutet, wir können einfach, ja, die 18 löschen und gucken, dass nach der 1 kein Beistrich mehr ist. Und dann speichern wir das ganze Ding jetzt mal und dann können wir das eigentlich schon im Spiel angucken und hoffen, dass da jetzt alles geklappt hat. So, jetzt bin ich im Spiel und die Animation hat auf jeden Fall gut funktioniert. Bedeutet, wenn wir hier jetzt mal zugucken, sieht man auf jeden Fall, dass das jetzt langsamer, heller wird und dann wieder dunkler wird. Also es ist wirklich nur eine ganz leichte Animation. Es ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Aber das sollte auch beim Redstone Air 2 passen, denn so krass auffällig soll das Redstone Air 2 auch wieder nicht sein. Und so krass leuchten tut das auch wieder nicht. Also wesentlich schwächer als zum Beispiel das Fackellicht, das haben wir auch so funkeln lassen. Also das leuchtet einfach nur kurz auf. Und wenn man einfach so vorbeisprintet, fällt das auch eigentlich überhaupt nicht auf, dass da eine Animation vorhanden ist. Soll uns aber egal sein, wenn man näher zuguckt, sieht man eben dieses leichte Leuchten. Und das passt dann natürlich auch mit den anderen Blöcken, wenn die nebeneinander sind, alle gut zusammen. Ist wirklich eine ganz leichte Animation, aber ihr könnt es trotz mal bewerten, auch wenn ich weiß, dass Leute dieses Redstone Air 2, also die allgemeinen meine Erzen nicht gut finden. Aber ich kann es halt mit diesen Steinblocken nicht anders machen, weil wo soll ich hier ein Redstone Air 2 hinklatschen, wenn hier dann so dunkle Flecken sind und hier dann einfach so rinnen praktisch. Also ich müsste den Stein eigentlich komplett verändern, weil ich habe es mal ausprobiert, hier so ein, keine Ahnung, Diamant reinzuklatschen und das sieht einfach so komisch aus, weil dann eben dieser Stein ja nicht passt. Dann müsste ich das dann extra nochmal für jedes Air 2 verändern. Wäre auch eine Möglichkeit, könnten wir machen, aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, dass ich alle Airze im selben Comic-Style aufbaue. Die sehen alle praktisch gleich aus. Das Redstone Airs hat eine leichte Leuchteanimation und ja, das halt die Kohle einfach nicht. Aber ihr könnt es trotzdem mal bewerten und ich würde mich dann auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr die für die nächste Textur abstimmt. Und unten ist der Restwopo-Link auf jeden Fall verlinkt und in den Kommentaren. Das aktuelle Tutorial-Pack könnt ihr auf meiner Webseite downloaden, tutorialpack.gimlo.com auch unten verlinkt, alles verlinkt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da und ich würde sagen, haut rein und somit ciao und bis zum nächsten Mal.